Hi Leute, ich bin's mal wieder, Offenlander 15 und ich habe einen Gast, und zwar Best of 246. Ja, sag mal was. Thank you. Ja, siehst du? Und ja, heute habe ich jetzt das dritte Türchen geöffnet. Philipp Darmes. Und zwar... Einmal Toni Kroos, Base Guard und Sven Bender. Ja, das war's. Bitte Daumen hoch und tschau. Jo.